Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Foundation und unserer nicht mehr ganz so kleinen Stadt Kilia. Wir sehen den Bau unserer, ja ich wollte sagen unserer Burg. Es ist nur ein Herrenhaus, aber hier oben im Regen wird langsam diese Burg gebaut. Und es geht erstaunlich schnell voran, muss man sagen. Ich hätte glaube ich früher da deutlich mehr gebraucht, aber gut. Wenn man von hier oben runter schaut, sieht man, wer alles für uns wuselt. Da ist schon einiges dabei. So, gut, dann schauen wir doch mal wieder rein, auch zum Kloster. Ich lasse schon mal gleich hier ein bisschen schneller laufen, weil das Problem, was wir erkannt hatten mit dem Geld, das scheint keins zu sein. Wir haben genug irgendwie. Wir werden da oben sicherlich diese ganzen Dinger auch nochmal zur Schatzkammer ausbauen. Aber das geht glaube ich erst, wenn es komplett fertig ist. Und dann haben wir nochmal deutlich mehr Chancen, noch mehr Geld hier anzubringen. Wir könnten auch die nächste Mühle nochmal anschmeißen. Da ist jetzt überall nicht so viel drin. Wir haben allerdings auch kein Weizen mehr. Also wahrscheinlich muss man noch viel mehr Weizenfläche hier irgendwie ranholen. Mit dem Holz sieht es aber gut aus. Wir haben hier die Holzfällerlager, die hier unten ja den Spaß machen. Ich glaube, es scheint irgendwie alles zu reichen. Hier soll natürlich viel mehr angebaut werden, was gerade gar nicht passiert. Da haben wir irgendwas ausgelassen, warum auch immer. Ups, wahrscheinlich wegen so einem Fehler. Rechtsklick. Da könnte man nochmal einen zweiten Aufforster mit dazu packen vielleicht. Also momentan sieht es nicht so aus, als ob wir eine dritte Mühle bräuchten. Aber vielleicht einfach der Optik wegen könnten wir das nochmal machen. So, ich wollte auf die Arbeitsplätze auch nochmal schauen. Weil wir haben schon wieder freie Leute. Das läuft noch, läuft noch. Keine Arbeitsplätze. Genau, zwei Fischer dazu. Aber wir haben nur einen neuen Leute. Ein neuer Leute reicht nicht. Und die Zufriedenheit geht nach unten. Naja, okay. Nahrungsmangel. Okay. Dann müssen wir da nochmal schauen, dass wir da nochmal was für tun. Also die Fischer sind Teil 1. Um das Nahrungsmangelproblem in den Griff zu bekommen. Da könnten wir auch noch mehr von bauen. Also Fische momentan auf Lager. Ja, 14, 13, 15, 12. Das geht so halbwegs gut. Diese Käseproduktion wird irgendwie auch nicht schneller, habe ich das Gefühl. Die Weiberei haben wir jetzt neu gemacht, damit wir noch mehr Klamotten kriegen. Aber das scheint nicht das Problem zu sein. Das Hauptproblem ist Nahrung. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Luxus. Also gut, dann machen wir erstmal einen ganz klassischen Standardweg und machen nochmal ein paar Fischer. Und, ah ja, wisst ihr, was wir noch machen? Wir können ja mal, weil unsere Wildschweinjagdgeschichte ist ja irgendwie völlig, die funktioniert ja überhaupt nicht. Da könnten wir jetzt wirklich nochmal gucken, dass wir da vielleicht mal ein Jagdgebiet extra irgendwo machen. Und dann können wir hier auch noch einen Fischer hinbasteln, wenn das sein soll. Moment, lass mal gucken. Ich finde ja die Fischer jetzt nicht so schön, dass man die unbedingt überall haben möchte, aber sie stören auch nicht wirklich. Also hier nochmal eine Fischerhütte bauen bei den Kühen und daneben kann eigentlich noch eine. Dann haben wir schon vier neue mit den beiden, die auf der anderen Seite auch ja noch dazugekommen ist. Eins davon haben wir jetzt erst besetzt. Dann haben wir hier auch nochmal zwei Fischerhütten. Gut, das zum einen. Dann können wir hier oben schauen, ob wir vielleicht... Also, weil hier kommt jetzt der ganze Weizen. Also bräuchten wir eigentlich oder könnten wir eigentlich. Das wollten wir ja eh machen. Also, dann machen wir doch hier oben auch nochmal eine Mühle und eine Bäckerei hin. Brauchen wir auch nochmal Wasser. Wasser können wir hier nochmal machen. Dann machen wir hier den Markt. Das ist doch mal eine Aufgabe für heute. Also, wir bräuchten eine Windmühle. Moment, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, wir haben hier ein Feld. Vielleicht machen wir das einfach auf der anderen Seite auch nochmal hier dran lang und da dran lang. Einfach so längs immer an der Straße entlang. Dann könnten die Mühlen, ja, eine da sein zum Beispiel. Stört das den Blick auf die... Ne, ist eigentlich ganz schön auch mit der Burg, dachte ich gerade. Könnte sogar oben stehen. Also, schön wäre es sogar, wenn die sich so irgendwie hinstellen würde. Dann würde sie Richtung... Ja, das ist doch gut. Bauen wir da noch eine Windmühle hin. Und dann, glaube ich, sollten wir zuerst mal den Markt bauen. Auch wenn der jetzt noch nicht so richtig heftig in Aktion treten wird. Mal sagen, der soll hier irgendwie so hin. Luxusgüter haben wir echt noch zu wenig wahrscheinlich, ne? Aber wir haben auch nicht so viele Luxusgüter. Wir müssen mehr Juwelen machen, glaube ich. Ich nehme das Zelt, Blauszelt, Schilder, Fässer. Da hat sich jetzt, glaube ich, nicht so viel geändert. Das hier ist halt die Geschichte. Das werden wir noch diese Skulptur... Die werden wir da oben noch ins Herrenhaus ranbauen. Die große Halle kriegen wir da oben bestimmt noch hin. Aber diese Skulptur jetzt auf dem Markt, das glaube ich jetzt erstmal nicht. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, weil ich die Dinger immer falsch rumbaue. Da hinter stehen sie. Da ist vorne. Wobei da der Hocker ist. Ne, vielleicht ist er auch da vorne. So rum muss, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Wir lassen uns hier mal richtig Platz. Wir machen mal eine große Runde. Also, wenn wir jetzt mal sagen, Lebensmittel... Dann müssen wir mal gucken. Ein bisschen Deko dazwischen. Dann diese Dinger da oben drauf. Lebensmittel, Lebensmittel, Lebensmittel. Waren. Das ist richtig unschön, ist es nicht, ne? Das ist realistisch schief. Wie immer bei mir. Dann würde ich sagen, Waren und Waren zweimal. Und der Luxusstamm kommt irgendwie... Sieht eher aus wie so eine kurz mal aufgestellte kleine Waren-Schau. Machen wir Brot für die Nahrungsgeschichten. Und Grün für die Waren. Jetzt ist da ja das ein bisschen arg eng dran. Können wir euch nochmal verschieben, ja? Komm, vielleicht müssen wir auch ein bisschen... Bisschen schöner müssen wir es, glaube ich, noch machen. So, wir müssen mal ein Stück weiter weg. Einmal geht man zur Seite erstmal. Vielleicht ein bisschen gerader hier ran. Ja, die Sicht ist manchmal jetzt nicht immer hilfreich. Je nachdem, wo man gerade so ist. Aber so sieht es doch schon viel besser aus. Ein bisschen schief darf es, finde ich, auch sein. Das Land ist ja auch schief. Das ist sehr hübsch. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir jetzt noch einen Luxusstamm haben wollten, obwohl der kann dann direkt hier an der Straße. Das ist dann vielleicht der gute Laden, der direkt an die Straße muss. Okay, dann hätten wir da das. Ich lasse das. Ich baue das jetzt mal noch nicht direkt. Dann würden wir eine Bäckerei brauchen und weiteres Wohngebiet. Vielleicht sollten wir den Teil hier weghauen. Dann machen wir doch direkt mal... Wir haben hier oben ja auch ein Baubüro, ne, ja? Also ein kurzfristiges Holzfällerlager, was aber jetzt schon außerhalb des schönen Bereichs liegt. Ja? Ja, die müssen einfach von weiter außen arbeiten, weil ich will hier nichts, die Schönheit dieses Herrenhauses, das echt fast fertig ist, ist ja nicht zu fassen, irgendwie beeinträchtigen. Und dann wollen wir diesen Bereich, diese Dinger, hier weghauen. Ah, das gehört uns noch gar nicht. Ja, 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 ja. Dann zeige ich mir mal das Territorium. Ja. 50 die Woche. Naja, wir sind... Manchmal sind wir echt im Minus und manchmal geht's, ne? Aber gut, das Herrenhaus... Ich glaube, das Herrenhaus gibt uns noch mal ordentlich was. Ich hoffe mal. Ich kaufe das jetzt einfach, auch wenn wir wirklich ein bisschen eng sind an der... an der Front. Aber gut. So, also das soll weg. Jetzt haben wir das immer noch nicht alles. Aber gut, so reicht's erstmal. Dann habt ihr hier das Holz, das soll da raus. Denn da kommt wahrscheinlich dann eine Bäckerei hin. Jetzt gucke ich nochmal, wo das Wohngebiet ist. Das ist nämlich hier. Dahinter soll dann auch Wohngebiet sein. Da dürft ihr auch eigenständig sonst ein bisschen... Nochmal gucken. Dürft ihr auch eigenständig ein bisschen... Ach, das ist jetzt nur bis da. Verdammt. Na gut. Aber es ist erstmal ein Anfang. Ich muss ja jetzt nicht gleich daran denken, dass wir hier oben die ganze Kleinstadt nochmal machen. So. Also, aber ein Bäcker dazu. Dann gibt's hier oben hauptsächlich Brot. Den Fisch muss man sich unten holen. Moment, Nahrungsmittel. Den plane ich aber jetzt auch erstmal nur an. Und ja, der müsste natürlich eigentlich zur Mühle... Machen wir das doch auch. Passt doch sogar. Es gibt ja auch keine negativen Einflüsse hier. Und der kann eigentlich das Brot auch direkt in die Richtung verkaufen. Oder hier so schräg runter. Das wird auch der Hofbäcker. So, baue ich auch noch nicht. Die Mühle wird schon gebaut, weil wir das schon haben. Und dann müssen wir nochmal gucken. Haben wir hier oben, haben wir aber schon was abgemacht. Naja, da sind eigentlich schon die Hölzer zum Abholzen freigegeben. Aber da wird vielleicht der Holzfäller da hinten jetzt auch nochmal helfen. Also, bis auf die dicke Eiche wollen wir das alles machen. Hier wird weiter gebastelt. Wunderbar. Okay. 46% Zufriedenheit. Nahrungsmangel. Boah, das ist natürlich jetzt fies. Okay, da würde ich jetzt mal zur Überbrückung doch in den Handel schauen. Ich meine, das liegt natürlich auch am Regen. Da machen wir ein bisschen weniger offensichtlich. Was haben wir denn, können wir nicht mal, wir haben aber auch Beeren und so weiter. Wir haben doch Fisch, Beeren, Brot immerhin vier, naja. Bier ist gerade ganz mies, aber ich glaube, das gehört auch nicht zur Nahrung, sondern eher zum Luxus. Es gibt halt nicht so viel, ne. Also, wer hat denn, jetzt geht es schon wieder ein bisschen nach oben. Ich muss nochmal in die Leute reinschauen, wer hier jetzt so richtig schlecht gelaunt ist. Da müssen wir mal hingucken. Wir folgen den Leuten mal ein bisschen, woran es liegt. Du gehst gerade in die Unterwasserkirche. Halt. Einmal kurz pausieren, damit ich dich treffe. So. Adalsina. Minus 15%. Du hast kein Wasser. Und jetzt gehst du zum Brunnen und holst dir Wasser. Und jetzt ist Zufriedenheit bei drei. Und jetzt gehst du zum Markt. Ne, jetzt gehst du erstmal nach Hause. Also, bist du jetzt doof oder gibt es hier jetzt zum Beispiel wirklich keine Nahrung? Naja, hier gibt es nur Fische. Hm. Okay, was können wir tun? Was können wir tun? Ich gehe mal, ich schaue mal durch die Märkte durch. Die Warenstände da oben ist klar. So, geh mal zur Seite. So, wir haben hier schmuckgewöhnliche Kleidung. Die gehören gar nicht zusammen hier, die Dinger, ne? Hat doch, die beiden schon. Aber das ist dieser Spezialstand hier. Aber der hat auch nichts gerade. Hier gibt es gerade tatsächlich, ja, jetzt ist ein bisschen Käse wieder angekommen. Und beim letzten, da ist auch nichts. Das ist schon interessant. Hier ist doch auch noch einer. Was ist denn da mit? Die sind einzeln. Da gibt es Brot, Beeren, Fisch. Ja, jetzt ist gerade mal wieder was gekommen. Heißt das, wir brauchen mehr Speicher, mehr Leute, die die Sachen hin und her tragen? Oder haben wir hier wirklich nichts? Naja, hier in der Bäckerei ist auch wieder nichts. Ja, Weizenfarm ist natürlich nichts. Ne, Hopfenbrauerei wollte ich gar nicht gucken. Ja, neue Hopfenproduktion könnten wir auch mal machen. Wo ist denn die Bäckerei jetzt hier, verdammt? War die nicht hier mit dabei? Das ist doch keine Bäckerei, das ist doch die Farm. Das ist auch die Farm. Wir haben hier oben eine Bäckerei irgendwo. Da ist die Bäckerei. Die hat Wasser, aber kein Mehl. Die haben echt zu wenig Zeug, ey. Mit diesen riesen Farmen überall. Tja, Brot ist ein Problem. Also wir können auch auf der Insel noch mal was machen. Aber jetzt machen wir das da oben. Jetzt machen wir das da oben und hoffen, dass es dann vielleicht auch noch mal runtergetragen wird. Ah, jetzt ist ja hier... Ja, jetzt habe ich eigentlich schon wieder einen Fehler gemacht. Gut, dass wir es noch nicht gebaut haben. Weil wir brauchen natürlich hier oben einen Speicher. Ja, der den Kram dann durch die Gegend bringt. Und der wäre wahrscheinlich auch klüger auf dieser Seite. Vielleicht packen wir so da... Ja, Bäckerei. Weil die das schon teilweise... Wenn ich da jetzt Mehl nehme, dann werden sie das Mehl schon von da erstmal da reinbringen. Ich glaube, ich schmeiße die Bäckerei da raus und nehme... Ähm... Brechen. Ich stelle da lieber den Speicher hin. Der muss... Ne, so war das nicht gemeint. So da oben. Genau. Aber der ist hässlich. Der soll eigentlich nicht in der Nähe von... Von dem Ding stehen. Aber gut. Gehört halt mit dazu, ne? Warum wird den hier lieber hin? Es würde auch noch zwei nebeneinander passen. Aber wir lassen mal den Platz ein bisschen... Ich stelle es mal relativ nah hier unten dran. Falls wir da nochmal was zweites brauchen. Okay, dann wird der Speicher hier zum Tragen. Wir müssen mal gucken. Ich will jetzt nochmal schnell gucken, ob wir noch weitere Fischer ranbringen können. Ob wir noch mehr Leute haben. Jawohl. 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 Fische sind ja im Regen. Eine gute Nahrungsquelle. Jetzt haben wir aber echt schon viele. Wie viele haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Ne, zehn. Zehn Fischer. Ist doch nicht schlecht. Kräutergarten geht immer noch nicht. Haben wir sonst noch irgendwo Platz? Sammlerhütte. Ja. Das war's. Mehr haben wir nicht. Also wir haben auch einige Gegenden, also einige Nahrungsproduktionen jetzt noch nicht aktiviert gehabt. Also Fische sollte es jetzt im Überfluss geben. 30 haben wir da schon. Könnte man die nicht auch irgendwo räuchern? Ne, das war bei Ostrift, ne? Salzen konnte man die da. Salzheringe machen. Ein Gemeiner wird euch verlassen, weil der Lagerplatz voll ist? Ne. Wieso wirst du uns verlassen? Du hast uns schon verlassen. Ich kann dich nicht mehr anklicken. Verdammt. Nahrungsmangel. Keine Arbeit dazugewiesen? Ja, okay. Das ist in Ordnung. Lagerplatz voll haben wir wo? Hier in der Goldmine offensichtlich. Ich sehe gar keinen Lagerplatz. Doch, da. Ne. Produziert Golderz. Zehn. Wartungskosten. Wovon redest du? Hier in diesen Dingern ist das immer voll, ja? Brauchen wir hier noch mehr Leute, die den Kram in der Gegend rumtragen? Oder haben wir hier gar nicht genug Platz? Also Edelsteine, Goldbarren haben wir mittlerweile 34. Werkzeuge sind hier bei Null. Die kommen aber auch immer sofort wieder weg. Wenn wir Goldbarren haben, wo ist der Juwelier? Hier. Der braucht halt Juwelen. Der braucht halt Edelsteine. Und Edelsteine finden wir immer nur so zwischendurch, eventuell. Oder wie war das nochmal? Das ist natürlich doof, ne? Fehlende Pflichtteile. Und zwar, was willst du mir dadurch sagen? Kann durch den Bau einer Mine abgebaut werden? Fehlende Pflichtteile. Ein Kran, oder was? Den muss man bauen. Das wird aber echt ein bisschen eng, liebe Leute. Kannst du nicht den Kran mit benutzen? Ja, da ist der Marmorkram voll, genau. Also wenn ich jetzt an jeder Mine noch einen Kran bauen muss, obwohl wir haben an jeder Mine einen Kran, sehe ich gerade, außer beim Gold. Aber wir haben ja auch genug Gold. Gold ist nicht das Problem. Edelsteine sind das Problem. Und Edelsteine, das habe ich tatsächlich vergessen. Ich glaube, die findet man einfach so zwischendurch, ne? Es gibt ja keinen Edelsteinabbau. 44 Prozent, wollt ihr mich veräppeln? Wieso ist denn so wenig Nahrung da? Fische ohne Ende, Leute. Okay, ich werde mal, ich glaube, oder ich habe das Gefühl zumindest, dass es vielleicht am Transport am ehesten liegt. Denn der nächste Speicher ist hier, mit Beeren, Milch, Käse, Fisch. Aber da ist auch nichts drin, das kann ja nicht sein. Wartet mal, Träger. Kann ich euch mal sehen, bitte? Du hast auch, du bist zu Hause. Ja gut. Wenn du zu Hause bist, kannst du nichts tragen. Und du hast keine Nahrung. Minus 34 Prozent. Zweimal Nahrung brauchst du. Und hier gibt es Fisch. Es gibt halt Fisch. Sonst nichts. Okay, die andere Option, die mir jetzt einfällt, ist nur, dass wir eine externe, monströse Käse- und Brotproduktion machen. Also, dass wir wirklich sagen, warte mal, ich gucke noch mal das Territorium an. Naja, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich meine klar, das ist, obwohl das soll, das Kloster soll doch im Wald bleiben. Also, entweder hier, oh, jetzt zuckelt er, entweder hier oder hier hinten, dann halt, dann würde das bedeuten, wir haben das ja auch schon gekauft, bessere Tage werden kommen, das schlechte Wetter ist vorüber, sehr schön. Dann sollte es wieder nach oben gehen, mit der Zufriedenheit, hoffe ich mal. Also, dass man wirklich sagt, man macht quasi alles hier voller Weizenfelder. Also ein ganzes, ganzes Gebiet. Aber eigentlich wollte ich ja hier schon wieder Menschen hinbringen. Sonst wird es ja irgendwann echt zu weit mit den Arbeitsplätzen. Das finde ich jetzt komisch, aber gut, jetzt kommen wieder haufenweise Beeren. Jetzt haben wir dreimal Käse, viermal Brot. Also ich finde, das müsste eigentlich reichen, was wir hier machen, aber vielleicht spinniger. Also klar kann ich noch alles vollpacken mit weiteren Feldern. Wir wollten das ja hier oben sowieso machen. Also, das gehört uns ja auch schon. Dann machen wir erstmal hier oben mit der Produktion weiter und dann müssen wir bloß gucken, dass wir ein paar, guck mal, wir machen den Träger schon mal an, dann kann der das Mehl, ja, ja, genau. Den Speicher bauen wir da schon mal, dann haben wir nochmal vier Träger, die eventuell dann Weizen und Mehl von hier oben nochmal nach unten bringen können. Wobei das eben, wie gesagt, ein echt weiter Weg ist. Dann bauen wir tatsächlich hier oben nochmal Weizenfarmen und werden den Holzfällern, die hoffentlich bald hier mal anfangen, schon mal sagen, dass sie hier diesen Bereich, da dürfen wir eh nicht hin, oder? Ah doch, dürfen wir doch, nee, dann erstmal nicht. Dass sie hier schon mal so einen Bereich an der Straße entlang, ah, da dürfen wir noch nicht hin. Aber den könnt ihr auch abholzen. So, und dann kommt die nächste Weizenfarm. Wir hatten gesagt, immer an der Straße lang, ne? Die Frage ist, wie groß dieses Dorf wird, aber wenn wir hier Dorf machen. Ein bisschen Platz möchte ich denen schon geben. Ich wollte das gucken. Da so ungefähr. Beim Holzfäller dann auch schon wieder, ne? Der steht ja jetzt auch doof rum. Aber los. Also, wir könnten das, dann bauen wir da noch eine Weizenfarm. Oben auf dem Hügel, dann kommt da, das fällt halt hier hin. Und dann bauen wir gegenüber auch noch eine, da kommt das Feld dann da hin. Dann wollen wir hier möglichst weitere Einwohner hinbekommen. Okay. Herrinhaus, wie sieht's aus? Es sind, glaube ich, nur noch die Dächer da oben. Es ist immer noch 42. Nahrungsmangel minus 31 Prozent. Es muss doch was mit der Entfernung und mit dem Tragen zu tun haben, oder? Dass hier jetzt nichts ist, ne? Ach, verdammt. Ich bin mir nicht sicher. Also, die Träger, wir brauchen halt die Träger, aber, ähm... Jetzt müssen wir hier doch noch mal reingucken, bei Rosi zum Beispiel. Der hat jetzt sich mittlerweile ein bisschen was zu essen geholt. Und läuft jetzt hier hinten. Der holt jetzt von da hinten Beeren. Ja gut, ihr habt schon, ihr habt schon einen ganz schönen Weg. Aber du bist der Träger für das Warenhaus da hinten. Ja. Was man einstellen können müsste, wo ich jetzt nicht weiß, ob das geht, da müssen wir jetzt mal gucken. Also, du sollst ja... Rosi, du sollst ja die Beeren holen, von diesen Beeren-Sammlern. Nicht von denen, die da hinten rum sammeln. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Kann ich dir das einstellen? Nein. Ich kann hier sagen, ablehnen, maximaler Lagerbestand, Lager leeren. Kann ich hier sagen, für welches Lager das ist? Nee. Kann ich nicht. Und sagt mir nochmal, ihr Markthändler, ne? Holt ihr den Kram dann selber ab? Du stehst da halt rum, ist logisch. Stehst in deiner Hütte und hast nichts zu verkaufen. Und schreist aber die ganze Zeit. Jetzt gehst du los. Ihr holt das selber, ne? Ihr holt das selber vom Lagerhaus. Vom Speicher meine ich. Ja. Okay. Also das ist die Reihenfolge, verstehe. Also mehr als alles können sie eigentlich ja nicht haben. Wo ist für euch hier? Na, hier ist ordentlich Brot. Fisch und Beeren. Wir haben sogar noch einen leeren Platz. Aber gut. Also ja, wir können Käse dazu packen. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob das klug ist oder nicht. Oder ob sie dann wieder weiterlaufen, als sie sollten. Aber ihr kriegt den Kram hier aus diesem... Ne, nicht aus dem Lager, sondern hier aus dem Speicher wahrscheinlich. Was ist hier an? Wir lehnen hier Mehl ab. Moment. Ich muss jetzt mal gucken. Hopfen wird abgelehnt, ist aber voll. Was soll denn das heißen? Gesamtkapazität ist aber 400. Annehmen, ablehnen. Hier ist abgelehnt. Warum ist der abgelehnt? Macht das in irgendeiner Form Sinn? Weil wir hier noch einen Speicher haben. Der soll Hopfen machen. Haha. Okay, verstehe. Wir haben hier zu viel Hopfen rumliegen. Dafür, dass wir... Also ja, wir brauen zu wenig Bier offensichtlich. Wir können noch eine Brauerei machen. Das wird die Leute ja bestimmt freuen. Das kann ja nicht anders sein. Aber wir brauchen offensichtlich... Wir können hier auch noch Fischer hinbasteln. Warte mal. Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt eine ganz schöne Aufgabe. Und ein ganz schönes Gefriemel, das nochmal irgendwie zu verbessern. Also, ich würde sagen... Naja, es soll alles hier rein. Das wolltet ihr jetzt so haben. Aber die Bäckereien sind hier. Und die Mühle ist teilweise auch da. Wir wollten hier... Genau, das wollten wir machen. Aber das Mehl... Das darf hier, finde ich, schon rein. Der Hopfen darf gerne mal raus. Vielleicht können wir das Lager sogar mal leeren. Und die 100 Hopfen wegschmeißen. Ich würde sie gerne verkloppen. Aber... Wenn wir das jetzt leeren... Achso, dann bringt ihr das vielleicht auch hier rüber. So was, ihr könnt ja auch zweimal Hopfen machen. Dann habt ihr hier halt viel Hopfen. Und viel Mehl. Ja. Äh... Weizen sogar. Und dann können hier die Müller... Können sich den Weizen hier rausholen. Und bringen dann das Mehl dahin. Beziehungsweise das sollten eigentlich die Träger abholen. Wenn ich das richtig verstehe, hier das System. Insofern müsste es doch eigentlich jetzt nicht so falsch sein, dass wir so mies sind. Mit der Nahrung. Minus 11% sind es immer noch. Wir können nur hoffen, dass die sich... Ich lasse jetzt noch einmal schnell laufen, ja. Der Vogt steht zur Verfügung. Fehlende Felder. Der Vogt hat nur noch diese Einflussgeschichte. Diese Weizenfarm hat noch kein Feld. Das ist natürlich doof. Dann schauen wir doch mal. Jetzt müssen wir hier machen. Erntefeld einzeichnen. Da ist auch Forstungsgebiet. Ja, das hat auch keinen Platz, das Ding. Aber ich gebe euch gerne noch ein Feld. So ist das nicht. Also hier auf jeden Fall. Könnt ihr schon mal anfangen. Da ist jetzt ein bisschen wenig Platz mit der Straße. Naja, könnt ihr das jetzt da so um die Häuser drum rum? Ist ja schon alles voll mit Feld. Also ihr könnt gerne hier so dran lang, ja. Wir gucken mal, wann die Holzfäller dazu kommen, euch da ein bisschen Platz zu machen. Das könnt ihr ja mal rauslassen da. Und dann könnt ihr hier ein Riesenfeld machen. So groß werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht schaffen. Oh, der fängt schon mal an hier. Um die Straße drum rum. Ist doch hübsch. Also ich finde, wir haben eine ganze Menge Zeug hier an Weizen. Wenn man sich das so anguckt, wie sich das hier so ausbreitet, ist das doch nicht so wenig. Jetzt sind es noch minus 10 Prozent. Warenmangel. Na komm. Kommt wieder nach oben, Jungs. Also ich glaube, unser größtes Problem sind Transportwege. Und ja, jetzt geht es minus 8. Jetzt sind sie. Jetzt holen sie sich das Essen. 20 Brote, 6 mal Käse. Also ist jetzt wahrlich nicht viel. Aber wir haben viele Beeren, viele Fische. Eigentlich müsste das okay sein. 52, jetzt noch minus 6 Prozent. Okay, alles klar. Also es geht dann im Sommer wieder nach oben. Aber irgendwie ist noch ein Problem dabei. Was aber wahrscheinlich wirklich mit den Entfernungen zu tun hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man wohnt hier hinten. Man muss da arbeiten. Und dann holen die sich da noch wieder das Essen, wenn sie kurz Pause haben. Und hier die Kleider. Vielleicht müssen wir die Waren. Hier nochmal ein kleines Warenmarktplätzchen bauen. Und vielleicht muss man hier im Arbeitsbereich auch sich Essen kaufen können. Ich weiß es nicht so genau. Na gut. Wir werden erstmal an dieser Stelle einen Cut machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber ich finde diese Stadt. Also ich finde es schon ziemlich toll, wie das so aussieht hier. Alles klar. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben zwei Bewohner mehr. Die kommen oben aufs Feld. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Macht's gut. Können. Auch einfach nur das T cana. Fortz. Gut. tut. Kurz. Wir constants. ONG. Wir Vivi. frames marca. Super clutch. Ш Entscheidung.